So, nochmal hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz für unserem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln. Begrüßt Marco Rose und entschuldige Max Eberl. Und Carsten Kellermann deutet an, dass er die erste Frage stellen möchte. Richtig? Aber ich kann das trotzdem tun. Ja, hallo. Herr Rose, Marco, erstes Derby gegen Köln. Wie fühlt sich das an? Hier ist ja im Rheinland was außergewöhnlich Großartiges. Wie fühlt sich das so an, wenn man aus Leipzig kommt, von außen in so ein Derby reinschaut? Ja, wenn ich was anfange, dann ja richtig und lasse mich auch 100 Prozent auf die Sache ein. Und mir ist schon das Gefühl vermittelt worden, dass es ein sehr wichtiges Spiel ist für unsere Fans, für beide Vereine. Und dementsprechend nehme ich das natürlich auch auf, nehme es wahr. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass wir dort dann am Samstag in Köln auch in der Pflicht stehen, unser bestmögliches Spiel abzuliefern. Christian Hornung, Bild. Die Verletztenliste scheint sich ja zu lichten, wenn ich das hier alles richtig lese. Sind alle Nationalspieler gesund zurückgekommen? Oder kannst du auch nochmal was zu Matthias Ginter sagen, was genau mit seiner Verletzung jetzt ist? Und wie so der Stand ist, ob er es angehen will oder ob das zu riskant ist? Oder wie sieht da die Lage aus? Matze will es sicher angehen, wenn man ihn kennt. Und trotzdem müssen wir einfach gucken, wie das dann heute auch in der Belastung funktioniert, im Abschlusstraining. Und dann sind wir eigentlich gute Dinge, dass das auch funktionieren kann am Samstag. Marco, was kannst du uns zum ersten FC Köln sagen, Aufsteiger? Ihr werdet hier analysiert haben, was erwartest du da für eine Heimmannschaft? Wie werden die wahrscheinlich spielen? Ja, auch in Köln gibt es ja einen neuen Trainer mit einer etwas neuen Spielanlage. Es sind viele neue Spieler dazugekommen. Auffällig ist sicher, dass sie auch sehr stark, vor allen Dingen im vorderen Bereich, über Physis kommen. Mal schauen, ob Cordoba spielt. Ich habe heute vor uns kurz gelesen, dass er topfit ist. Modest vorne drin. Viele Spieler mit Tempo, auf Doppel 6 haben sie zwei neue Spieler mit einer guten, hohen Grundaggressivität. Ja, ich habe auch da schon gelesen und das kann ich nur bestätigen. Das ist höchstwahrscheinlich, so wie es in einem Derby zu erwarten ist, ein sehr, sehr intensives Spiel wird. Und es wird eine sicher hoch motivierte Kölner Mannschaft auf uns treffen, die natürlich zu Hause dann klar abstecken will, ihr Revier abstecken möchte. Und wir fahren da hin, um zu zeigen, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten, Fußball zu spielen und am Ende auch, um das Spiel zu gewinnen, natürlich. Es ist ja auch der Auftakt der ersten englischen Woche in dieser Saison. In welcher Rolle spielt auch das bei den Personalplanungen und natürlich auch grundsätzlich für das Gefühl in so einem Spiel, aus so einem Spiel rauszugehen dann auch? Grundsätzlich erstmal gar keine, sondern jetzt steht Samstag, 1. FC Köln, wichtiges Spiel für uns. Und das bedeutet, dass wir mit der bestmöglichsten Mannschaft dort antreten werden und danach kümmern wir uns dann um die nächsten Aufgaben, Europa League und nächste Woche Düsseldorf zu Hause. Jochen Schmitz, EZ. Herr Rose, erstmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Bitte schön. Dennis Zakaria ist gerade zum Spieler des Monats, August gewählt worden. Ist das so ein Spieler von der Physis, von der Einstellung, den Sie auch besonders schätzen, seiner Art zu spielen? Ich schätze alle meine Spieler, weil es natürlich unabhängig von ihren Fähigkeiten erstmal auch Menschen sind, die ich jetzt mittlerweile ganz gut kennengelernt habe. Und kann deswegen auch aus gutem Gewissen sagen, dass ich sie alle sehr schätze. Dennis hat natürlich Stärken, die unserem Spiel zuträglich sind, die uns helfen. Er hat sich in eine sehr, sehr gute Verfassung gespielt und gearbeitet in den letzten Wochen. Und drumherum haben wir aber auch noch ein paar andere Jungs, die ebenfalls andere Stärken mit auf den Platz bringen, die für uns wichtig sein können. Aber ich freue mich, dass Dennis seine Leistung, sein Einsatz im letzten Monat belohnt wurde und dass er die Auszeichnung, die Wertschätzung dann auch dafür bekommt. Christian Haunow. Wie weit ist Tobias Strobl jetzt nach der Knieverletzung? Und nochmal Nachfrage zu Matze Ginter. War das jetzt eurer Erkenntnis nach wirklich nur eine Prellung oder ein Anbruch oder ein Bruch einer Rippe? Es war eine Prellung und Tobi Strobl geht es gut, geht es richtig gut. Ich habe ihn gestern gefragt, Tobi, wie sieht es aus? Er fühlt sich fit, möchte natürlich auch auf den Platz. Bedeutet, der Daumen ging nicht nur einmal hoch, sondern zwei oder dreimal. Also alles gut soweit. Marco, als du hier angekommen bist, hast du unter anderem auch über Christoph Kramer gesprochen, dass du immer angerufen hättest, ein wichtiger Spieler sei. Da hat er ja die Knöchelverletzung und ich denke mal, der hat jetzt auch den Daumen nach oben gemacht. Heißt du, du hättest auf der 6 einige Optionen, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, Christoph ist jetzt ein paar Wochen wieder voll im Training, hat auch immer wieder Einsätze bekommen. Wir haben gerade gehört, dass Dennis Zakaria in einer ausgezeichneten Form ist. Die Spiele auf 6, die er gemacht hat, einfach richtig, richtig gut waren. Er uns gut getan hat und jetzt muss man einfach sehen. Wir alle wissen, dass Dennis natürlich auch auf 8 spielen kann. Wir kennen die Qualitäten von Tobi, wir kennen die Qualitäten von Chris. Auch Chris könnte auf 8 spielen. Also wir haben da schon Möglichkeiten und Optionen und werden dann einfach im Trainerteam immer wieder diskutieren, wie wir das dann angehen werden. Christian Hornung. Berser Baini hat Spielpraxis in Länderspielen bekommen. Hier hat es bisher noch nicht zu einer Einsatzminute gereicht. Wie ist so sein Stand? Wie hat er sich rangekämpft im Training? Hat er alles verstanden, was du von ihm verlangst? Ja, aber dass es bis hierhin noch nicht zu Einsatzminuten gereicht hat, ist ja völlig nachvollziehbar und logisch. Er ist ja mehrere Wochen nach allen anderen ins Training eingestiegen und hat mehr oder weniger bis zur Länderspielpause eine zweieinhalb, dreiwöchige Vorbereitung gehabt, also ganz normal, darf man nicht vergessen. Trotzdem war er immer mit dem Kader, war also auch dort schon eine Option. Jetzt hat er in seiner Vorbereitung mehr oder weniger ein Länderspiel bekommen. Das tut ihm sicher gut, bedeutet, er hat Rhythmus aufgenommen und ist ab sofort dann natürlich auch eine Option, um zu spielen. Philipp Maas? Wir unterhalten uns ja jetzt schon eine Zeit lang über Einzelspieler. Zu einem hätte ich gerne noch eine Auskunft. An sich hatten wir gedacht, dass Lars Stindl schon zu Beginn der Saison auflaufen könnte. Was denken Sie, wie weit er ist? Ja, diese medizinischen Fragen an mich, die sind immer schwierig. Also ich bin natürlich informiert, gut informiert auch, aber trotzdem bin ich kein Arzt. Und ich glaube, vor allen Dingen nach so einer schwierigen Verletzung, nach so einer schwerwiegenden Verletzung, die Lars hatte, kann man keine fixen Daten, Tage, Abläufe festlegen, sondern man muss einfach Step by Step jeden Schritt gehen, der zum Reha-Prozess dazugehört. Und das bedeutet, beinhaltet auch immer wieder in Phasen viele Schritte, gute Schritte nach vorne und dann aber auch mal wieder Stagnation oder vielleicht sogar einen Schritt zurück. Ich kann nur sagen, dass er im Moment, und da freue ich mich drüber, relativ häufig schon auf dem Platz ist, aber noch individuell trainiert. Das bedeutet, noch im Reha-Training ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihn jetzt in den nächsten Wochen dann auch langsam ins Team-Training integrieren können. Aber auch dann wird es noch mal ein paar Tage dauern. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir im Last Tag keinen Rucksack aufsetzen. Die Jungs, die verletzt sind, auch Hoffi, der fährt gerade drüben Rad, wollen alle so schnell wie möglich zurückkommen und arbeiten alle sehr hart dafür. Und trotzdem müssen wir alle so geduldig sein und warten. Bis der Tag da ist, wo es dann wieder funktioniert. Christian Hornung. Das Thema ist für alle Vereine gleich, aber kannst du nochmal erklären, wie schwierig ist so eine Länderspielpause, wenn du mit nur einem Teil der Mannschaft neue Dinge einstudieren willst und die Mannschaft ja noch weiterentwickeln willst und sehr viele sehr wichtige Spieler können daran nicht teilhaben oder dann erst jetzt wieder in den letzten drei, vier Tagen? Ich finde das gar nicht schwierig, weil es einfach dazugehört und es ist ja planbar. Also wir wissen ja, was auf uns zukommt. Wir wissen, wer ein Nationalspieler ist. Wir freuen uns, dass die Jungs gerne für ihr Land spielen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch hier in Mönchengladbach viele Nationalspieler haben, wollen gerne auch noch mehr entwickeln. Und die Jungs, die dann da sind, die arbeiten an den Dingen, die wir vorantreiben wollen. Also unsere Spielprinzipien. Natürlich dann immer wieder auch in kleineren Gruppen. Dann haben wir ein Testspiel, wo wir zum Glück elf Mann noch zusammen bekommen haben, um auch Matchpraxis zu kriegen für die Jungs, die dann vielleicht auch weniger gespielt haben. Also insgesamt sehe ich das dann doch eher positiv und es gehört einfach dazu. Und wir haben die Länderspielpause, glaube ich, ganz gut genutzt auch. Achim Möller. Marco, ich habe mal nachgeschaut. Du hast als Spieler ja in Leipzig unter anderem einige Derbys mitgemacht, als Trainer jetzt auch in Österreich. Jetzt das Erste in der Bundesliga, das wirklich Große. Du bist Spieler und Trainer gewesen. Wir haben uns vor ein paar Tagen hier oben unterhalten. Hast du gesagt, in so einem Derby, da sind Kleinigkeiten, die können ein Spiel in eine gewisse Richtung schubsen. Kannst du das nochmal verifizieren? Was ist da so wichtig? Was macht diesen Derby-Charakter dann da aus? Ja, einfach die grundsätzliche Stimmung schon vor dem Derby. Also das spüren wir ja, glaube ich, alle, dass jetzt schon ein, zwei Wochen auch darüber geredet wird. Wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen auch seit der Ansetzung, seitdem tatsächlich der Spieltag feststeht. Dann kommt das Derby irgendwann näher. Und man hört immer wieder dieselben Dinge. Trainer sagen immer wieder dieselben Dinge. Es ist wichtig, dass wir dort natürlich hinfahren und Herz zeigen. Es ist wichtig, dass wir kühlen Kopf bewahren. Also das sind ja immer die Klassiker, die man dann hört. Der Fakt ist aber, dass Samstag 15.30 Uhr angefiffen wird und dort eine außergewöhnliche Atmosphäre herrschen wird. Und da müssen wir einfach gewachsen sein. Darauf müssen wir uns einstellen. Die müssen wir annehmen. Und dann müssen wir das Spiel spielen. Das heißt, am Ende ist es ein Fußball-Bundesligaspiel unter etwas anderen Umständen und Voraussetzungen, vor allen Dingen, was das Drumherum betrifft. Und das Wichtigste ist einfach, und dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, dass es halt einfach für unsere Fans sehr, sehr viel bedeutet. Und dementsprechend müssen wir und wollen wir natürlich auch auftreten. Musik 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 Musik